Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind zurück beim The Binding of Ice, der Countdown für Afterbirth. Und ja, wollen wir... Ich habe schon eine 9er Windstreak. Ich würde ungerne mit einem... Lass einfach mal einen Edenlauf machen. Ich würde jetzt ungerne mit dem Zufall spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, fuck my life. Ja, es ist stark. Es ist stark. Also es ist ein starker Lauf bis hierhin, aber ich mag Epic Feetis nicht so gerne. Ich finde es immer langweilig, so ein Stück weit. Versteht ihr? Lass mal mitnehmen. Wir sind eh schon ein langsames Fuck. Oh mein Gott. Ich bin ein richtiger Fettsack. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Ich bin ein richtiger Fettsack. Das ist... Alter Leute, das ist 1A Clickbait, weil ich dick bin. Versteht ihr? Dann werden alle sich so denken, oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Und dann klicken die drauf. Und ich könnte ein Bild von mir drauf machen. Leute, wollen wir heute mal zusammen Clickbait studieren und uns mal überlegen, was macht man jetzt am besten mit diesem Video? Ich meine, wisst ihr, wenn wir mal über Clickbait reden wollen, ja, dann stellt sich die Frage, erst mal, was ist Clickbait? Clickbait ist nämlich... Ich glaube, Leute vertauschen Clickbait auch oft mit etwas. Ähm, denn Clickbait und irreführende Titel sind was anderes. Ja, es gibt, äh, durchaus, ähm, oder es ist so, dass man tatsächlich keine irreführenden Titel, äh, benutzen darf. Das bedeutet, du darfst nicht, ähm, in den Titel schreiben, ich, äh, ficke eine Frau und dann, äh, spielst du in dem, äh, in dem, äh, in dem Video Schach. Wobei man da natürlich sagen könnte, wenn du einen richtig geilen Downtaker auf die Dame, äh, kriegst, ne, vom Gegner. Äh, mhm, mhm, da ist der Titel vielleicht sogar richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, du darfst also nicht irgendwie, ähm, oh mein Gott, ähm, jemand stirbt und dann erklärst du, ja, und dann redest du darüber, dass du gestern einkaufen warst und fertig. So, das, das darf man halt so in der Form nicht machen, weil, ähm, das tatsächlich eigentlich verboten ist. Ähm, was man aber natürlich machen darf, ist Clickbaiten. Und was ist Clickbaiten? Clickbaiten bedeutet, äh, so im Grunde, du überlegst dir, welchen Titel, welches Thumbnail mache ich für mein Video, dass es am meisten geklickt wird. Und, ich verstehe diese ganze Diskussion darum nicht. Es gibt, das ist so, also, ah, ah, ich weiß nicht, es ist so Mainstream geworden, äh, gegen Clickbait zu sein. Unter jedem Video siehst du irgendwelche Leute, die sich beschweren und die dann sagen, äh, äh, pppppp. Äh, ich habe letztens, äh, eine Sache zum Beispiel, ich habe letztens bei Dena, glaube ich, Varro gesehen und Dena hat in den Titel geschrieben, ähm, ähm, wegen Strikes aus dem Projekt geflogen. Oder irgendwie so. Und dieser Titel hat sich auf eine Diskussionsrunde am Ende des Videos, äh, bezogen, weil sie da darüber geredet haben, dass halt Leute aus dem Projekt geflogen sind. Es gab natürlich Leute, die damit assoziiert haben, dass er vielleicht aus dem Projekt geflogen ist, was natürlich durchaus eine mögliche Schlussfolgerung ist, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach nur ein Verweis darauf, dass darüber geredet wird. Das ist ein Thema des Videos. Es ist natürlich am Ende gewesen, trotzdem kann man das so machen. Meiner Meinung nach ist nichts Verwerfliches dran. Und natürlich mit so einem Titel gehst du, kriegst du dann vielleicht auch ein paar Klicks von Leuten, die das halt denken und deswegen draufklicken. Weil sie denken, was, der ist, äh, äh, was ist passiert? Und dann sehen sie, okay, ist doch nichts passiert, aber die reden darüber. Und da schreiben dann Leute drunter, boah, dieser Klickbild, äh, bluh, bluh, bluh. Und da frage ich mich immer, was soll er denn sonst in den Titel schreiben? Soll er in den Titel schreiben, ähm, ich laufe über Blöcke oder, keine Ahnung. Soll er, wisst ihr, was das Ding ist, wenn man Videos erstellt, ne? Ähm, ich bin ja ein Mensch, der Videos auch erstellt. Wenn man Videos erstellt, was soll man denn in, was soll man denn für Gedanken haben, wenn man einen Titel sich ausdenkt? Du setzt dich doch nicht vor ein, du setzt dich doch nicht vor ein Kunstwerk, ein Bild, ja? Und ich weiß, Videos, es gibt Videos, die Kunstwerke sind. Das erst mal so, ne? Es gibt Videos, äh, die sind, das sind Kunstwerke. Aber es gibt natürlich, aber Videos machen das jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Kunstwerk, blablabla, wie auch immer. Aber gehen wir mit zwei einfach davon aus, du machst ein Kunstwerk, du machst ein Bild. Du wirst diesen Bild, du wirst dich nicht da hinsetzen und dir denken, was ist der langweiligste und uninspirierendste und, äh, ähm, 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 ich sag mal, glatteste Namen, den ich für dieses Bild finden kann. Wie kann ich dieses Bild nennen, dass es möglichst keine Aufmerksamkeit auf sich zieht? So ist es nicht, so funktioniert es nicht, ja, keine Ahnung, das ist, so, sowas macht man halt nicht. Das ist genau das gleiche, wie, das halt auch, ja, ne, ne, ne Bild-Zeitung macht auch viel Clickbait. Ne Bild-Zeitung setzt sich hin und die überlegen, lange, 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 lange Zeiten, was machen wir für einen Titel, der am meisten zieht. Und natürlich, es gibt natürlich dann auch hier und da vielleicht verwerfliche Dinge, aber das sind auch wieder irreführende Titel, ne? Ich meine, die, äh, Bild ist schon durchaus dabei, auch, äh, sehr, sehr oft irreführende Titel zu benutzen, wo du dir hinterher denkst, hä? Ey, das, ja, hat jetzt nicht wirklich was mit dem Artikel zu tun gehabt oder so, ja? Das ist halt, das ist halt eine Sache, die ein bisschen nervig ist, aber auch da muss man sich halt einfach bewusst sein. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert in einer aufgeklärten, weitestgehend aufgeklärten Gesellschaft, irgendwie in einer Gesellschaft, wo ein bisschen auf Bildung Wert gelegt wird, nicht so viel wie in anderen Ländern, das ist ein bisschen schade, aber schon ein bisschen. Und man sollte davon ausgehen, dass Menschen darüber reflektieren können, wenn sie eine Überschrift in einer Zeitung, auf einem Video oder sonst was sehen, dass das natürlich mit einem gewissen, ähm, Hintergrund passiert ist, ja? Das ist so ein bisschen wie die Gedichtsinterpretation in der Klasse 5. Was hat der Autor sich dabei gedacht, ja? Ja, was hat der YouTuber in dem Fall sich dabei gedacht, dass er einen Titel benutzt, der vielleicht so ist, dass viele Leute draufklicken, weil sie getriggert werden dadurch. Und wie gesagt, solange das ein, ähm, ein Titel ist, der sich durch das Video erschließen lässt, ist es auch kein unerlaubtes Clickbait und von daher ist es meiner Meinung nach komplett in Ordnung. Ich mag diese Diskussion einfach nicht. Das ist in meinen Augen eine so, ich weiß nicht, es ist eine so, es ist einfach eine so sinnfreie, wirklich, es ist eine so sinnfreie Diskussion meiner Meinung nach. Ihr könnt dann natürlich anderer Meinung sein, das ist mir, äh, könnt ihr sein, das ist ja in Ordnung, aber deswegen muss ich diese Meinung ja nicht haben und, äh, in meinen, in meinen Augen ist es halt einfach so. Und es ist halt einfach zum Trend geworden, sich hinzusetzen und unter jedes Video zu schreiben, äh, das ist so viel Clickbait, äh, bitte, bitte, bitte. Junge, du weißt doch, wie das Business funktioniert. Wenn du der Meinung bist, klick halt nicht auf solche Titel, wenn es dich stört. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe den Angriffspunkt nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Ey, weil, weil ich halt auch nicht weiß, was die Leute sich denken, was erwarten Leute denn, dass du, wie gesagt, natürlich, äh, Clickbait ist, das gab's schon immer. Das, keine Ahnung, das gab's wahrscheinlich schon, äh, bei den, äh, Neandertalern. Keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Scheiße. Aber ich werde wiederbelebt. Vielleicht will ich ja sterben. Ja, könnte. Eigentlich, äh, ist das Sterben hier gar nicht so mega blöd. Wobei, wenn wir, äh, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sterben möchte. Ich würde erstmal gerne den Devil-Deal jetzt erreichen. Dann könnte ich eventuell im Devil-Deal sterben. Mal gucken. Mal gucken. Okay, okay, wir sterben auf jeden Fall. Bevor wir das einsammeln, wir haben jetzt noch ein Herzchen, sterben wir. Warum? Weil wir wiederbelebt werden als Judas. Und, ähm, ja. Dann haben wir doppelten Schaden. Wow. Danke, du blöder Fluch, ey. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber, ja, ich, ich werde, ich werde da von meinem Standpunkt auch nicht wirklich wegrücken und ich bin sehr überzeugt davon, dass ich da auch nicht falsch liege mit. Alter, entschuldige mal Curse of the Maze. Was ist denn hier los? Ja, es ist ein bisschen nervig, finde ich. Ich, ich finde es immer wieder schade, ja. Ich finde es auch schade, dass, äh, coole, ich meine, wenn ich einen Clickbait-Titel sehe, wenn ich einen Titel sehe, der wirklich krass mich getriggert hat, dann finde ich das eigentlich, dann, dann fühle ich in dem Moment eigentlich mehr Respekt dafür als irgendwie Wut oder so. Oh, jetzt muss ich nochmal laufen. Weil, keine Ahnung, das, das zeugt halt auch von, ja, es zeugt nicht immer von Kreativität. Ja, wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich ist es sogar relativ einfach, Clickbait-Titel zu machen, die gut sind, aber, aber es gibt schon so ein paar Kandidaten, wo du dir, wo ich mir hinterher denke, so, boah, den hat er aber gut gerissen. Keine Ahnung, ich, ich, ja, ich meine, ich fühle mich ja nicht, ich weiß auch nicht, was das Problem im Grunde ist. Fühlen die Leute sich betrogen, aber betrogen wovon? Es gibt nichts, was sich da betrügt. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die Leute getriggert, weil sie irgendwie mit einer anderen Erwartung in das Video gegangen sind und sich dann irgendwie schlecht fühlen, weil sie drauf reingefallen sind. Aber da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Ich meine, wir sind halt auch einfach, wir sind halt auch einfach, wir sind halt einfach so, wenn da ein Unfall vor uns ist, die Menschen, Menschen sind so, die gucken. Und ich finde auch nicht, dass es was Schlimmes ist und ich glaube auch nicht, dass man sich deswegen schämen muss oder so. Natürlich sollte man noch die Pietät besitzen, in den ein oder anderen Fällen nicht so auffällig hinzugucken oder einfach weiterzugehen, ja, aber wenn man auf einen Titel irgendwie reinfällt oder sich irgendwie, oder merkt, alter, der hat mich aber jetzt hier richtig reingezogen mit seinem Titel, dann, dann fühlt doch Respekt für den Dude. Und auch wenn es irgendein Arschloch ist, den ihr nicht mögt, meine Güte, das ist halt auch so ein Punkt. Dieses Ganze, ja, immer dieses, ach, ich weiß auch nicht, es ist halt einfach, keine Ahnung, ich bin da wirklich nicht in dem Game drin, dieses Ganze, ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht, dieses Aufregen über Leute, die irgendwelche Dinge machen und dieses ganze Game darüber, lass die Leute einfach machen, was sie machen wollen, keine Ahnung. Und wie gesagt, was natürlich ein bisschen doof ist, sind halt einfach irreführende Titel, ja, wie gesagt, das ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel gesehen, da hat jemand, ich möchte jetzt hier auch nicht wirklich, ja, ist auch egal, aber da hat jemand zum Beispiel, das fand ich auch sehr, sehr lustig, also das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, weil das auch eine Sache ist, die, ähm, ähm, also es gibt, da gibt, es gibt, also fangen wir das Thema mal anders an. Es gibt Studien darüber, dass, ähm, äh, was heißt Studien darüber, ähm, es ist so, dass gewisse Marken auf uns wirken, ja. Es gibt Leute, die davon überzeugt sind, dass Cola besser schmeckt, also Coca-Cola, als alles andere, und es gab dann, es gab dann, äh, Forschungen, wo den, wo Leuten dann nicht Cola in, äh, Cola abgefüllt wurde, also, ja, ich, ich mach's gerade kompliziert, machen wir's einfach, es wurde einfach, äh, so gemacht, ähm, dass den Leuten Cola vorgesetzt wurde, was gar keine Cola war, welche aber trotzdem leckerer eingestuft wurde, als die richtige Cola, nur weil in dem Fall Cola war, das heißt, die haben einmal Cola bekommen und einmal nicht Cola, haben die Cola getrunken und haben gesagt, die schmeckt besser, dann haben die Cola bekommen, das getarnt war als nicht Cola, und die haben Cola bekommen, die keine Cola war, also keine Coca-Cola, aber als Coca-Cola getarnt war, und dann haben die gesagt, die Coca-Cola schmeckt besser, das heißt, die Leute haben sich nur, also haben nur darauf, ähm, okay, bringt mir das irgendwas, oh mein Gott, das Ding wird interessant, hallo mein Freund, ja, nice, das ist doch ein cooler Lauf, ey, ich meine, das ist wirklich, also jetzt ist es ein cooler Lauf, und, Freunde, seid ihr nicht froh, wenn ich euch in so einen geilen Lauf reinbate, mit meinem Titel, äh, ich bin ein Fettsack, da muss euch doch, da müsst ihr doch glücklich drüber sein, ja, auf jeden Fall, ähm, und, und ich meine, es ist doch kein irreführender Titel, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Fettsack, ich meine, man kann sich schon denken, dass ich das auf das Isaac, also, dass ich das auf das Isaac-Männchen, äh, relaye, oder, also, dass ich das auf das Isaac-Männchen beziehe, ich weiß noch nicht mal jetzt, ob, relay, reliable, heißt das nicht irgendwie so, ich glaube schon, wie auch immer, ähm, ja, seid doch froh, wie gesagt, ich weiß immer nicht genau, warum da immer dieses, ach, ich weiß nicht, ey, jetzt ist halt in Mode gekommen, sich über alles zu beschweren, genauso wie diese ganzen, YouTube Deutschland ist so scheiße geworden, ey, meine Fresse, du entscheidest doch, was du guckst, warum regt man sich über YouTube Deutschland auf, ich verstehe das nicht, also, zum einen finde ich zum Beispiel, ich bin so jemand, ich finde, Bibis Beauty Palace, äh, ich finde die sympathisch, keine Ahnung, es gibt immer viele Leute, die da haten und so, ich gucke tatsächlich momentan auch jedes Dezember-Video, ich mache nicht mit bei den, äh, bei den Gewinnspielen, weil das mich nicht interessiert, also, ich schreibe keine Kommentare, um bei den Gewinnspielen bei, äh, Bibi mitzumachen, aber, ich, ich gucke mir alle Videos an und ich finde sie sympathisch und, und selbst, wenn es unsympathische Menschen sind, die mich nur verarschen in ihren Videos, meine Güte, das, das ist doch, ey, okay, ich, ich, ich kenne die ja auch nicht, wenn die unsympathisch sind, ist es mir doch egal, ich, ich, ich gucke die Videos und die finde ich sympathisch, warum soll das nicht, äh, warum soll das nicht gehen und dann wird immer wieder dieses, äh, keine Ahnung, Bibi hat irgendwann mal eine Uhr, Produkt, ein Produktplacement für eine Uhr gemacht, die irgendwie, ein bisschen fragwürdig war, ja, und, das ist, das, das ist so eine Sache, die immer wieder erwähnt wird und wo ich mich auch immer wieder frage, warum erwähnen das alle Leute immer und immer wieder, habt ihr noch nie Dinge getan, die fragwürdig waren, doch, natürlich, jeder Mensch macht Dinge, die fragwürdig sind, ich auch, meine Fresse, die, äh, viele davon kennt ihr halt wahrscheinlich nicht oder wisst ihr nicht von, aber ich habe in meinem Leben schon viele Dinge getan, die fragwürdig waren, das macht jeder von uns, aber es ist halt einfach, sich dann auf Twitter zu stellen und zu schreiben, die ist so scheiße, ey, püüdüüdüü, weil es ist halt einfach, sich über andere zu beschweren, aber man sollte da halt einfach, ähm, ja, man sollte das halt einfach alles so ein bisschen lockerer sehen, finde ich persönlich, ja, finde ich persönlich, hm, ja, und wie gesagt, Ich finde Bibi zum Beispiel, ich bin Bibi-Nator auf jeden Fall. Ich finde die halt sympathisch. Was soll ich machen, ne? Keine Ahnung. Weil ich mir halt auch keine, ich mache mir halt auch nicht so viele Gedanken darüber. Ich weiß, was ich da gucke und ich weiß, was es ist und ich weiß auch, dass ich da, keine Ahnung, ich meine, diese Diskussion darum, dass sie ihre, oder dass die großen YouTuber ihre Fans verarschen und so weiter und so fort, das ist alles immer ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn ich Tech-X, ich kann es ja mitnehmen, ich kann mich rausporten. Ich gucke mal kurz, was passiert, wenn ich, ne, Tech-X hat jetzt keinen Effekt mehr auf meinen, ich dachte, jetzt kommen ja auch noch Laser raus. Vielleicht sind da, wobei, ne. Ja, ich teleportiere mich mal raus. Man kauft das blaue Herzchen und, Ja, das Item brauche ich nicht mehr, weil ich, äh, eh keine Goldräume mehr kriege. Hm. Ja. Keine Ahnung. Ich, äh, wie gesagt, ich bin halt einfach ein... Ja. Und, und, und damit meine ich natürlich nicht, dass man Dinge nicht kritisieren darf, ne, aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Kritik und zwischen diesen Leuten, die überall, und, und wenn irgendein x-beliebiger YouTuber, ja, es ist ganz egal, wer das ist, irgendein Mensch, irgendein, äh, Twitter-Hashtag ist unterwegs, weil die kleinen, 13-jährigen Mädchen, ihre, äh, ihre, ihr Vorbild, ihr YouTuber-Vorbild, oder was auch immer, feiern und für die eine Fanaktion machen. Unter solchen Fanaktionen von diesen Zuschauern, die ja sowieso alle nur, ne, 13 sind und so weiter und sie verarschte all die ganzen 13-Jährige, 13-Jährigen und unter solchen Aktionen von Kindern dann, ja, und solche Aktionen werden mit Sicherheit auch in überwiegender Weise von den jüngeren Zuschauern gefahren. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, jüngere Zuschauer sind da halt auch einfach noch ein bisschen emotionaler dabei, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, unter solchen Aktionen gehen dann erwachsene Männer, auch erwachsene Frauen oder puppadierende Jungen, und, und beleidigen die Fans und beleidigen diesen YouTuber und beleidigen diese ganze Aktion. Wo ich mich so frage, keine Ahnung, gehst du auch bei einem 12-jährigen Mädchen oder bei einem 8-jährigen Mädchen ins Kinderzimmer und beleidigst die Barbie? Keine Ahnung, lass die Menschen doch einfach Spaß haben. Meine Schwester war früher auch ein riesengroßer Backstreet Boys Fan und war in irgendjemanden von denen verliebt. Das ist sie heutzutage nicht mehr. Wobei die Backstreet Boys immer noch, also, das sind immer noch geile Lieder, ne? Also, da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Aber, ja, ist doch alles in Ordnung. Ich meine, was ist denn das Problem? Oh, drei blaue Herzen, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, wieso lässt man die, und wenn es auf Twitter ist, nicht einfach ihren Spaß haben und ihren Star feiern, wenn es ihr Star ist? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, das sind erwachsene Menschen und, und, und die setzen sich dann dahin und behaupten von sich, dass sie irgendwie intellektuell besser sind und intellektuell anspruchsvoll und, meine Fresse, es gibt genug intellektuell anspruchsvolle Politiker, korrekte Scheiße auf dieser Welt. Lass doch einfach mal die Menschen Spaß haben, wenn sie an etwas Spaß haben. Und das sind solche, das ist auf Twitter halt einfach immer so. Und das finde ich immer wieder nervig. Ja, das muss ich halt so sagen. Ja, ich, ich, ich rede da sehr selten drüber und, aber, aber, ja, und ich meine, ich rede jetzt ja auch, also, keine Ahnung, ich, ich habe gerade Spaß an dieser Unterhaltung, ne. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber beschweren will. Ich, ich habe nur gerade Lust darüber zu reden, ähm, weil, ja, man kann das nicht ändern. Aber, aber einfach dieser Fakt so, keine Ahnung, ne. Da frage ich mich immer, was ist mit diesen erwachsenen Menschen los, wirklich, wer, wer, keine Ahnung, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, ich verstehe es nicht, wirklich. Ich habe dafür kein Verständnis. Ähm, ja, und generell, ne, ich meine, das gibt es halt bei den Beauty-Sachen, das gibt es auch bei den Comedians und das gibt es halt bei jeder Gruppe, ne, die Minecraft-Youtuber. Ich meine, das ist auch so eine Sache, ne. Es wird immer über die Minecraft-Youtuber herumgezogen und so und ich, da frage ich mich immer, was ist das Problem? Ist man, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr gerne solche kurzweiligen Dinge guckt, wie zum Beispiel, ein Minecraft-Modus wie, ja, keine Ahnung, Survival-Games machen so wenige, ne. Wo ich gucke auch nicht so viele Minecraft-Youtuber und vor allen Dingen weniger kleine, deswegen kriege ich wahrscheinlich auch nicht so viel mit. Es gibt bestimmt noch Leute, die aktiv Survival-Games bringen und so, was ich zum Beispiel auch gerne gucke grundsätzlich, aber, äh, zum Beispiel, ähm, ne, keine Ahnung, so Bad Wars oder solche Dinge, das sind einfach Dinge, die ich persönlich gerne gucke, ja. Und, äh, das sind, das sind coole Videos, auch wenn es immer wieder das gleiche ist. Es ist genauso, wie ich früher oder immer und immer und immer und ohne Punkt und Komma Mario Kart Wii gucken konnte, weil es einfach fucking Spaß macht und kurzweilig ist und weil ich an sowas einfach extrem viel Spaß habe. Und, 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 und dann gibt es ja auch wieder in der Minecraft-Szene solche Leute wie zum Beispiel ein Herrn Bergmann oder ein Stegi, der leider nur Zuwahu-Videos macht und dieses Mal, haha, ja, ein bisschen dumm war, ne. Der Creeper, der war auf jeden Fall, äh, im Lead, haha, aber ja, meine Güte, denn solche Leute, wenn man sich diese Videos anguckt, dann ist es teilweise Kunst, was da passiert. Und dann gibt es Leute, die einfach sowieso immer sagen, Minecraft-YouTuber sind alle scheiße und dumm und machen nur Kacke und bla bla bla. Oh mein Gott ey, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Und ja, ich schäme mich nicht dafür, weil ich gerne Minecraft-Videos gucke. Meine Fresse, so. Jetzt habe ich Spaß dran. Ich fühle mich gut dabei. Ich habe Spaß in dem Backen. Ja, Minecraft ist ein cooles Spiel, was unfassbare Möglichkeiten bietet. Ja, was es alles in Minecraft gibt, wirklich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das so mega haten kann. Ich weiß nicht, warum. Was ist, keine Ahnung. Aber gut, sollen die Leute machen, ist mir auch egal. Keine Ahnung, habe ich mich immer mehr darüber aufgeregt, aber ja, das war auch nicht richtig. Wenn ich mich dann da hinsetze und mich darüber aufrege, das ist halt auch so ein bisschen, ähm, auch nicht richtig von mir. Aber das mache ich auch nicht mehr. Wie gesagt, ich belasse es jetzt einfach dabei so. Ich habe einen anderen Geschmack wie andere Leute. Sollen sie doch renten und sollen sie dich aufregen, wie sie wollen. So ist okay. Meine Güte, das ist, hat mich ja nicht zu beeinflussen. Ich hatte da halt in der Vergangenheit immer wieder so dieses, äh, ich habe da immer wieder Unverständnis für. Und diese Unverständnis und diese irgendwo auch Ungerechtigkeit, weil diese Leute auch einfach in Schubladen gesteckt werden. Und ich finde es nicht gut, wenn Menschen in Schubladen gesteckt werden. Keine Ahnung, ich finde es halt einfach nicht gut. Ja, das ist einfach so. Dann, dann macht mich das halt traurig, wenn ich das sehe, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der, ich habe irgendwie einen Gerechtigkeitssinn. Ja, ob der, ob der richtig ist oder falsch ist, ja, keine Ahnung. Das müssen andere Menschen irgendwie auch, ähm, beurteilen. Das ist nicht mein Bier, aber ich habe ihn halt, diesen Sinn. Und ich finde es, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, ne. Ich finde es dann halt einfach nicht gut, wenn das irgendwie, Leute dann auch solche Dinge reduziert werden. Oder wenn vergangene Dinge Leuten vorgehalten werden. Weil, wie gesagt, jeder von uns macht Fehler, hat Fehler gemacht und hat Dinge gemacht, die nicht so cool waren und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und da immer wieder drauf rumzureiten, finde ich, ist nicht die richtige Alternative oder der richtige Weg, wie man mit solchen Dingen umgehen sollte. Ja. Weil, keine Ahnung. Ich habe, ich habe letztens gelernt, ich habe letztens irgendeine Markus-Lanz-Folge geguckt. Und ich habe gelernt, dass es demokratisch, also der, das Grund, oder der Grundbestandteil einer Demokratie liegt darauf, sich zu streiten. Was grundsätzlich natürlich in Ordnung ist. Ich meine, ich bin jemand, der sich super gut streiten kann. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich habe vor allen Dingen keine Probleme damit, mich zu streiten und danach zu sagen, ey, es ist alles, ne, juckt mich nicht mehr. Ich kann eigentlich nicht lange böse sein auf Menschen. Ähm. Das ist so, keine Ahnung. Ich kann, ich kann nicht lange ein Groll auf Menschen schieben. Das ist halt auch so ein Punkt, den andere vielleicht stärker haben. Was ich dann auch wiederum irgendwie akzeptieren muss, dass Leute das ein bisschen stärker fühlen. Aber ich kann halt schwierig irgendeine Rolle auf Menschen schieben. Ähm. Das ist halt einfach so. Und, äh. Ja, ich habe gelernt, dass die Demokratie, also es ein demokratisches Ding ist, sich zu streiten. Was auch, wie gesagt, grundsätzlich okay ist. Aber wisst ihr, wann das gesagt wurde? Es wurde nämlich dort von einem anderen gesagt, ja, Person A und Person B, sie sitzen da, sie sitzen da. Und sie sagen die ganze Zeit nur, wie schlecht der andere ist, ohne irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Und da wurde dann gesagt, ja, aber das ist Demokratie. Wo ich sagen muss, da kann ich nicht zustimmen. Wirklich nicht. Da kann ich wirklich nicht zustimmen. Das darf doch nicht Demokratie sein. Also, mal ganz im Ernst. Das kann doch nicht wirklich der Punkt sein, wie man mit Demokratie verfahren will. Weil, wie gesagt, wenn man, wenn man darüber diskutiert, dass, äh, was, wie man jetzt Dinge lösen möchte oder so. Alles schön und gut, ja. Aber da ging es um, um Meinungen. Ja, da ging es darum, was Frau Merkel, äh, was Frau Merkel damals gesagt hat, das war auch ja so eine Sache. Da wurde dann die ganze Zeit, äh, rezitiert, was Frau Merkel im Jahr 2002 zur Flüchtlingspolitik gesagt hat und so. Und wie sie sich ja jetzt verhalten hat und so, wo ich mich immer frage, willst du wirklich Dinge von 2002, willst du dich darauf versteifen? 2002 war eine andere Welt, Alter. Das ist Dinge, die damit, darf man keine Meinung ändern und so weiter und so fort. Nicht, dass ich ein Merkel-Fan bin. Ja, ich bin aufgewachsen in der, ähm, in dem Verständnis, dass ich die SPD wähle. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr wählen muss, ich weiß noch nicht, wen ich wähle, wahrscheinlich nicht die CDU, ja. Aber, keine Ahnung, ich, wie unfair ist es denn dann, Dinge von 2002 irgendwie zu nehmen und zu sagen, äh, damals hat sie so und so gesagt und jetzt so, was ist denn das? Aber davon abgesehen, ähm, da wurde es sich nicht gestritten, um eine Lösung zu finden. Da wurde nur vorgeworfen, ja, ihr habt das so gesagt, nein, ihr habt das so gesagt, nein, wir haben das so gesagt, nein, 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 nein. Was überhaupt nicht produktiv war und das kann doch nicht. Das ist halt so eine Sache, die ich damals, als ich mit der Schule, wir waren mal mit der Schule im Landtag in Düsseldorf, glaube ich. Ähm, und, und da haben wir auch so einen, so einen Tag angeguckt und da sind wir genau richtig gekommen, weil an diesem Tag war, äh, in dem Landtag die größte Streiterei der Welt und ich habe hinterher so einen CDU-Politiker gefragt, da war es ein CDU-Politiker, also wie gesagt, das ist auch Jacka wie Hose, ich will mich da auf keine Part, äh, in keine Richtung von, für irgendeine Partei stellen, aber da hat ein CDU-Politiker mir gesagt, also ich habe den CDU-Politiker gefragt, äh, wenn, wenn die SPD Ihnen jetzt etwas sagt und Sie würden merken, oh, die haben Recht und oh, das ist wirklich gut, würden Sie den nicht anschreien, äh, oder nicht anfangen zu streiten, sondern würden Sie sagen, Dankeschön, das ist ein guter Vorschlag, da werden wir drüber nachdenken, Sie könnten Recht haben und da hat der zu mir gesagt, nein, das machen wir nicht, wir, äh, würden das ablehnen, abstreiten, ein bisschen warten, ich meine, er war immerhin ehrlich, er hat gesagt, nein, wir würden das ablehnen, abstreiten, äh, ein bisschen warten und, äh, sobald, äh, dann ein bisschen Zeit vergangen ist, würden wir das anders formulieren und als unsere eigene, äh, als unseren Einfall verkaufen und da musste ich doch ein bisschen schlucken, es kann doch nicht sein, dass man gute Dinge, die irgendwie reingebracht werden, dann noch verzögert, einfach nur, damit man es als eigene Idee ausgeben kann, damit man als, als der, ohne das, damit man den Gegnern halt einfach keinen Credit gibt hier, keinen Respekt oder so, keine Ahnung, und, 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 da sehe ich das halt dann ein bisschen schwierig und da, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das als, äh, ob ich das wirklich demokratisch finde, aber, ähm, ich bin auch kein Politiker und hab keine Ahnung davon und wahrscheinlich würde ich der Erste sein, der irgendwie seine, seine Wähler verliert, weil ich dann sage, ja, CDU, Dankeschön, das ist ein wirklich guter Vorschlag, wir werden uns darüber Gedanken machen und, äh, oder wenn wir dann das Gesetz verabschieden, dann würde ich wahrscheinlich noch sagen, äh, danke an die CDU für diesen Einfall und wahrscheinlich würde ich dann aus meiner Partei gekickt werden, weil alle sich so denken, was bist du denn für ein Vollidiot, aber keine Ahnung, es ist wirklich so, ich meine, ich persönlich würde da, würde da Stärke drinnen sehen, ich persönlich würde das einfach als, äh, ich würde diesen Menschen Respekt zollen, wenn sie das so sagen würden, ich meine, warum darf man denn seinem, seinem vermeintlichen Feind, sage ich mal, warum darf man dem nicht Recht geben, das ist doch Schwachsinn, das hat doch nichts mit, naja, keine Ahnung, ne, und, und so ist es halt auch irgendwie auf YouTube, keine Ahnung, wie gesagt, naja, so ist es halt, ne, so ist es halt, ich hab jetzt mal ein bisschen, es ist total spontan entstanden, dieser Rant über, über das alles, und alles nur, weil wir das Item gefunden haben, dass ich dick geworden bin, so passiert das, was ich bei meinem Leben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, wir gehen jetzt noch eben das, äh, Blue Baby zerstören, mal gucken, wie viel Damage hier der, ähm, ja, wie viel Damage der, der das Space for Item hier macht, na, nicht so viel, wie ich erwartet habe, irgendwie, naja, das war auf jeden Fall in Ordnung, ähm, ja, wie gesagt, das war, ich hoffe, ihr hattet Spaß, also, ich hatte sehr viel Spaß jetzt, ich, äh, keine Ahnung, ich könnte jetzt noch Baby of something machen und sowas schreiben, wie, ich bin ein Babynator oder so, aber nee, ich werde wahrscheinlich als Thumbnail einfach, äh, als Titel würde ich wahrscheinlich nehmen, ich bin ein Fettsack, und als Thumbnail nehme ich wahrscheinlich einfach den Dicken Isaac, ja, damit, äh, das auch nicht irreführend ist, ja, weil wenn ich mich nehmen würde, dann wäre es irreführend, weil man könnte meinen, er redet über sich und so, blablabla, wir nehmen den Dicken Isaac und, äh, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr den Titel fandet und ob ihr damit, äh, d'accord seid und ob ihr damit leben könnt oder ob ihr euch irgendwie bedrohen fühlt von mir, äh, weil ich euch mit Clickbaiting, äh, gecatcht habe, vielleicht ist es auch gar kein Clickbaiting und, sondern ein richtig schlechter Titel, sowas weiß man wahrscheinlich vorher auch immer nicht selber so genau, sind wahrscheinlich auch immer einfach, äh, ja, Dinge, die passieren. Gut, Leute, ich, äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, bis dann, auf Wiedersehen, Tschüss, whoop-a-doop.